Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu meinem ersten Fallgeist-Video. Alter. Ja, das ist mein erstes Fallgeist-Video auf YouTube. Ist natürlich jetzt länger, dass das Spiel rausgekommen ist, dieser Sound, Junge. Erstmal leiser stellen. Ja, ich hab das Spiel ein bisschen voll gespielt. Sehen wir vielleicht noch an meinem Skin? Aber ich glaub, ich hab noch längst nicht alles erlebt. Ich bin echt gespannt. Ich hab noch nie so einen Win geholt, aber das versuch ich heute zu schaffen. Keine Sorge, Leute. Die Wippen! Also, wer das nicht kennt, der ist auch kein Fallgeist-Spieler, wirklich. Einer meiner leichtesten Übungen. Warum schade ich ganz hinten? Was soll der? Hallo, geht doch mal auf die linke Seite, ihr Vollhust. Och Gott, schön. Wollt ihr mich verarschen? Kann doch nicht euer Ernst sein. So, jetzt. Ey, sag mal, die sind echt inkompetent. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Boah, sei froh, dass ich rüberge... Oh mein Gott, das war offensichtlich sehr knapp. Haha, was noch? So, jetzt lass mich hier rüber. Da haben wir's doch. Ja, die halten sich da fest. Und rein da! Was hab ich gesagt? Meine leichtesten Übungen. Geile Mucke, Alter. Warum bleibt der AFK da stehen? Beweg deinen fetten A... Ein Fallgeister. Ach, was ein Opfer. Fällt der erstmal runter. So ein Loser. Wie lange brauen die eigentlich? Das sind erst 22 Leute drin. Können die mal schneller machen? Hör auf zu springen, du machst mich aggressiv. Mann, von Idiot. Mal rumtreten. Er wird bestimmt auf dem Schulhof rumgetreten, der Blödmann. Oh, bitte, fall runter. Oh, die haben nur noch 8 Sekunden. Hahaha. Ja, ihr werdet's nicht schaffen, ihr Loser. Ja, erstmal runterspringen. Was ist ein Loser? Bye. Ja, ich bin natürlich noch drin, ne? Also, ist ja easy. Das sind ja Noobs, ey. Was für Loser, ey. In der ersten Runde. Ach, Ritterparcours. Ja, ich kann mich ja schon als Ritter hier beweisen. Hahaha. Ist ja easy. Starte das Game. Ja, ja, ja. Ich kenn das Spiel. Los, mach jetzt an. Los jetzt. Was machen wir mit meinem Leben? Ja, ja, ja. Richtig. Also, wer das verkauft, der muss doch recht ein richtiger Loser in der Schule sein, ey. Was war das denn? Könnt ihr mal auf mich festzuhalten, du... Mann. Was ist ein Blödmann. Ja, ja, ja. Richtig easy. Was ist das eigentlich für ein Lulatsch? Wie weit hinten der ist? Was ist ein Loser? Loser. Oh, Sprungclub. Okay, das ist das erste Game, wo ich sage, dass es da vielleicht ein bisschen stressig werden könnte. Los. Ich fühle mich bereit. Mach das Spiel an. So, ja, ja. Mach los jetzt. Ich muss... Ich möchte irgendjemanden abfacken. Den jetzt zum Beispiel. Ja, ja, ja. Ist ja richtig easy. Aua. Otschi. Ne, sind schon vier ausgeschäubert. Verlutsch. Der ist nicht mal richtig schnell, Alter. Was haben die eigentlich für ein Problem? Ist ja richtig easy. Ja, ja, ja. Jetzt spiele ich mal unter Pros hier. Unter den Besten. Okay, das Spiel finde ich richtig scheiße. Das ist so ein dummes Drecksgame. Du hast eine Ananas. Ha, ha. Und ein Kaktus. Ja, komm. Ich glaube, er war da Masse hinterher. Nicht runterfallen, ne? Ja, ja. Ich schubse einfach irgendjemanden vor. Einfach irgendjemanden rausmobben. Leute, er läuft einfach durch. Ah, ha. Los, jetzt geh vor ihr. Oh ja, er hat sich was getraut. Ah, ich habe hier mal einen runtergeschlupst. Ja, ha, ha. Qualifiziert. Und die sind auch da hinten. Und da hat einer zu viel Among Us gespielt. Das sieht ja geil aus mit den Augen, Junge. Rollbahn. Bewege dich zwischen rotierenden Ringen, um nicht in den Schleim zu fallen. Das ist das Finale. Das hatte ich noch nie als Finale. Ah, das könnte spannend werden. Ah, lol. In der Form kenne ich das gar nicht. Ja, okay. Jetzt kann ich schon sagen, dass ich eventuell schnell aus... Also... Ne, wie ist das? Ach, keine Ahnung. Go! Hört mich doch nicht fest, du blöde Sau. Dieses Dreckschwein. Stell euch nicht in den Weg. Ich bin der einzig Wahre hier. Der will eben alle festhalten hier. Ja, das war jetzt eng. Werden die immer schneller? Hilfe! Hilfe! Ja, okay. Ich gebe es jetzt zu. Ich bin doch nicht so Pro, glaube ich. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein! Ihr seid ill. Das ist so ein dummes Dicks-Game. Das wurde immer schneller, Alter. Hilfe! Dieses Game macht meine Pumpe fertig. Ich bin enttäuscht. Auf so einer menschlichen Ebene. Diese Runde wird's was. Ich sag's euch. Wenn mal wieder ein vernünftiges Finale kommt. Was? Du miese Sau. Alter, ich krieg gleich einen Anfall. Ich will mir diese ver... Krone jetzt. Du miese Sau. Hallo! Was ist das? Wieder überprüfe die Einstellung. Ich hab nichts umgestellt, du Arsch. Digga, sind die Epic-Server down? Jetzt kriegt ihr Stress mit mir. Ich mach euch fertig, ihr blöden Witt. Ach, Rita Park. Ist hier so easy. Rein da. So, so, so. Ja, schön runterrutschen. Wieder Schleim hier. Hallo! Aua, aua. Komm, ich werd der Erste. Ach, Mann. Seiter! Ja, ha, ha! Du bist ein Loser. Ach, Torhunger. Ich hab auch Hunger, aber nicht auf Tore. Ja, ja, komm, da ist das Ziel. Ich seh's doch schon. Jawoll! Yeah! Ja, man sollte vielleicht nicht durch ein geschlossenes Tor gehen, hä? Was meinst du denn, du Sau? Raus mit dir! Ja, ha, ha! Na, Sprung-Club. Ja, da waren wir doch gerade. Da sind wieder die ganzen Loser, die fliegen wieder ganz früh raus und dann ist easy. Vielleicht kriegen wir auch mal einen runtergeschubst. Das würde ich mal gern machen. Ist jetzt schon einer rausgeflogen. Was ein Loser. Aua! Yeah! Ist ja easy, sag ich doch. So leicht fällt man da nicht runter, wenn man kein Loser ist. Ey, ist das eins zu eins wie die Runde vorhin, Alter? Schon wieder die Ananas und der Kaktus. Und ein Papagei. Really jetzt, Alter? Really, Alter! Oh, scheiße. Lass den Profi hier durch. Alter, ich war der letzte Junge. Oh mein Gott, Junge. Ich hab schwitzige Hände, Alter. Was war das denn jetzt? Ja, ja. Ich wollte es nur spannend machen, natürlich. Huh. Letzte Runde jetzt. Bitte nicht Bergspitze. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Das ist ein Drecksack. Das sind solche miesen Dreckschweine. Als ob. Als ob. Was ist das für eine Sch***? Jedes Mal fliege ich in der letzten Runde raus. Ich sch*** auf dieses Spiel. Mann. Boah, Junge, Alter. Ich sag doch, ich bin scheiße in diesem Game. Mann. Nee, raus jetzt hier. Mann. Schwindel in der Höhlen. Yeah. Ich zeig euch jetzt mal, wie das geht, ne? Ja, ja, ja. Das ist schon easy, Alter. Ja, Zweider. So easy. Raus mit dem Ungeziefer. Ach, schnell war. Ja, ja, ja. Das geht auch easy, klar. Äh. Ja, jetzt seh ich schon. Hintergrund sind die neuen, nächsten Malessons. Aua. Ja, ja. Ist ja easy. Haha. Dritter. Ja, wunderbar, wunderbar. Was? Ich war so gut. Du miese Sau. Alter, was ist das heute? Stopp. Sonst kriegst du gleich einen auf den Schnauzer. Okay. Wir sind jetzt auch los. Also, ich war so. Ja, ich bin Case. Aber er ist das. Das war's für heute.